Der in einem Heim aufgewachsene charismatische Jude ist ein krasser Außenseiter, als er sein Studium beginnt. Dass seine Kindheit untypisch verlaufen war, hatte er auch vor dem College schon gewusst. Aber erst in letzter Zeit hatte er zu begreifen begonnen, wie untypisch sie tatsächlich war. Ihre Fremdartigkeit schützte und isolierte ihn gleichermaßen. Doch dann lernt er im Wohnheim drei Studenten kennen und findet zum allerersten Mal wahre Freunde fürs Leben. Er bewunderte alle drei seiner Mitbewohner, aber Willem war derjenige, dem er vertraute. Im Heim hatte er schnell gelernt, dass es drei Typen von Jungen gab. Der erste Typus zettelte einen Kampf an, das war JB. Der zweite beteiligte sich nicht daran, holte aber auch keine Hilfe, das war Malcolm. Und der dritte versuchte tatsächlich, einem zu helfen. Dieser Typus war am seltensten und Willem gehörte ihm an. Vor allem zwischen Jude und Willem entwickelt sich schon bald eine besonders enge Beziehung. Seine Gefühle für Jude waren komplizierter Natur. Er liebte ihn und hatte Angst um ihn. Und manchmal kam es ihm vor, als wäre er ebenso sehr sein älterer Bruder und Beschützer wie sein Freund. Und er wusste auch, dass er nichts für ihn tun konnte. Denn Jude wird immer wieder von den Dämonen seiner Kindheit eingeholt. Und er ist besessen davon, den genauen Moment zu bestimmen, in dem sich alles zum Schlechten gewendet hatte. Aber eigentlich wusste er es. Es war geschehen, als er an jenem Nachmittag das Gewächshaus betrat. Als er sich hineinführen ließ. Als er alles zurückließ, um Bruder Luke zu folgen. Das war der Moment gewesen. Und danach war es nie wieder gut gewesen. Ein wenig Leben ist ein fesselndes und erschütterndes Hörbuch, das einen nicht mehr loslässt. Dafür sorgt nicht zuletzt auch Torben Kessler mit seiner einbringlichen Stimme, die sehr viel Unerwartetes, Seltsames und Düsteres, aber auch sehr viel Schönes zutage bringt. Jetzt auch in der ungekürzten Version mit fast 36 Stunden Laufzeit zum Download bei Audible.